Moin Moin, ich bin´s, euer Flatti. Und ihr habt richtig geraten, das wird ein Rülps-Video. Zumindest am Anfang und am Ende. Denn mein heutiges Programm wird sich nicht nur der Rülpsen kennzeichnen. Für die Mitte habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal ein paar Analogbilder von mir zeige, die mich als Kind bzw. als früher Jugendlicher zeigen. Und jetzt davor möchte ich noch ein bisschen quasseln. Also, wie ihr seht, bin ich immer noch quitt lebendig, denn ich habe das Nötternrutschen, glaubt es mir oder nicht, unbeschadet überstanden. Das verdient doch so ein Rülpser. Und ich werde ja bald aus meiner Wohnung, welches gleichzeitig auch für einige meiner Videos mein Studio war, ausziehen. Also, aus diesem Grund wird es auch das letzte Video sein, was in meinem sogenannten Studio gedreht wird. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ich rülps einfach mal noch ein bisschen, bevor es dann mit dem weiteren Programm losgeht. Ich habe mich hart gescheitt. Ich habe mit einem Weck, der Rülpsen füge ich, Ich habe mich, die Rülpsen füge ich, wo ich mich nicht richtig כל das Gefühl bin. Und das Spiel ist nicht genau das wirklich. Das Spiel ist nicht wahr? Das Spiel ist echt nass. Oh, 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 oh. So, genug Gerülps. Jetzt möchte ich mit meinem weiteren Programm fortfahren. Also, gleich seht ihr ein paar Analogbilder von mir, wie ich vorhin erwähnt habe. Und zum Schluss erfülle ich noch einen User-Wunsch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Programm. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt bekommt ihr ein paar Analogfotos von mir zu sehen. Von mir als Kind und als früher Jugendlicher. So, ich beginne gleich mit dem ersten Bild hier. Das ist unmittelbar nach meiner Geburt entstanden. Weiter geht es mit noch einem Babyfoto. Das nächste Babyfoto. Und ein weiteres, aber nicht gut erhaltenes Babyfoto. Nun kommen wir zu meiner kleinkindlichen Phase. Und zu einer kleinen Bilderserie. Ein kleines wenig älter bin ich hier. Und wieder ein Kinderfoto von mir. Nun springen wir wieder ein paar Jahre weiter. Und hier bin ich schon kurz vor der Pubertät. Wieder ein Foto aus dem Zeitraum vor der Pubertät. Und zum Schluss von mir ein Foto als früher Jugendlicher. So, das waren alle Analogfotos von mir. Mehr Bilder wurden von mir nicht gemacht. Oder sind nicht erhalten. Nun bleibt dran. Jetzt zum Schluss erfülle ich noch ein User-Wunsch. So, da ich mich jetzt ausgerüst habe, möchte ich nun endlich mal einen User-Wunsch. Und zwar wurde ich schon seit Längerem gefragt, ob ich nicht mal während ich rülpsen kann, meinen Bauch mal zeigen kann. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Ich stehe jetzt auf. Ich stehe jetzt auf. Warte noch ein bisschen ab. Okay, der Rülpser kommt jetzt nicht. So, gleich dürfte es soweit sein. So, hier seht ihr schon mal meinen Bauch. So, hier seht ihr mich endlich mal wieder mit meinem Gesicht und nicht mit meinem Bauch. So, jetzt habe ich mich ausgerübst. Und da ich jetzt alles soweit durch habe, ich habe euch mal die wenigen Analogfotos gezeigt, die ich von mir überhaupt habe und ich habe einen User-Wunsch erfüllt, kann ich eigentlich jetzt mein Video beenden. Falls ihr auch mal Wünsche habt, was ihr mal machen soll vor der Kamera, schreibt das einfach mal in den Kommentaren oder schickt mir eine private Nachricht. Ich werde es mir dann überlegen, ob ich das da mache oder nicht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß ist. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch.